ja hallo meine freunde ihr silberfüchse ja ich bin gerade wieder dabei ein video aufzunehmen ich will das mal gerade in chat schreiben damit ihr das auch alle wisst hey ihr seid im video und ein smiley den mag ich so gern weil es geht darum dass man den leuten fröhlichkeit darüber bringt es ist einfach so wir haben genügend ärger den ganzen tag den ganzen nacht also na gut unter nacht mehr oder weniger müssen wir die uhr hier weg tun die dick zu laut das liegt dann jedem selber dass er eventuell das eine oder andere in der nacht besser machen könnte mit dem er die nacht verbringt meine ich ich habe gerade sechs online also wir haben 4pz es ist viel zu viel zu der argi ist da mein freund mein freund und wieder ein smiley das mal ist so wichtig ihr glaubt nicht ich will jetzt mal was sagen in der psychologie schulung habe ich gelernt dass wenn man jemandem ein lächeln zu wirft das lächeln ins eine halbe sekunde zurückkommt also probiert das einfach nur aus ganz ganz fremder mensch den ihr einfach auf der straße was weiß ich beim anstehen am döner oder 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 an der sparkasse oder keine ahnung irgendwo und ihr seht jemanden schaut ihm ins gesicht in die augen und lächelt und er wird auch lächeln das funktioniert es ist so wenn ihr ein grießgrimmiges gesicht macht wird er sich abneigen er wird den blick von euch wenden und woanders entschauen ist so ja das kann ich unterschreiben es funktioniert genauso wie ich es gesagt habe probiert es bitte aus ein no go ist wenn ihr zum beispiel auf die herrentoilette geht also dort mit dem zulächeln ist dann nicht ganz so weil das könnte falsch verstanden werden das bitte dann nicht so machen okay alles gut okay jetzt schauen wir mal rein also ich habe ich habe da ja der hafen zeug abzuholen da hat wer geschrieben ja das war ich das habe ich geschrieben dann schauen wir da weiter was fragezeichen ich nehme auf und wieder ein smiley das smiley ist so wichtig leute immer ein freundlich sein freundlich sein zu jedem menschen auch wenn man manchmal nicht auch wenn man manchmal sagt das arschloch den könnte ich jetzt eine rühstrick rein treten ja manchmal muss es eben so sein dass man dann auch freundlich sein muss also ich spreche davon erfahrung die ich wirklich mittlerweile habe in meinem leben okay fragezeichen beantwortet okay wen laden wir ein wort war was wollen wir machen mal gucken gucke ich wieder raus ja ich bin raus also diesen schmann mache ich jetzt gerade nicht hier ist alles neu mal gucken 55 kohle die ist nicht schlecht verdienen 60 sieges punkte naja da brauchen wir ein paar pforten aber das kriegt man hin das ist pfefferkuchen und gehen erhalten sie mindestens wenn ich über den treffer ich brauche kohle also den würde ich gerne mal erneuern das machen wir jetzt überspringen und damit kommt ein neuer 52 kohle genau die hätte ich gern gewinnen sie drei gefechte in folge oh gott das ist das ist für mich als mobile spieler fast nicht möglich also der bleibt stehen bis er wieder gelöscht werden kann da bin ich mir sicher allerhöchst einer meiner kameraden wie letztens ich weiß gar nicht was der ricko ricko ich bin mir nicht sicher gestern bin ich gefahren ach was ricko ich weiß es nicht mehr auf jeden fall ich kaputt und er alles reingemacht musik ok so geht es auch schauen wir mal ob jemand mit fährt mit mir der ich ja nicht so gut bin mal gucken sieben offene mensch da könnte man ja fast da könnte man ja fast wer und wo was ich muss gerade lesen ich nehme auf ich habe ich gerade nicht gekämpft ja du bist natürlich nicht hätte hätte fahrrad kette wer und wo also dich lade ich jetzt einmal gut du bist dabei im video und noch ein smiley der ist immer nein dieser nicht diesen möchte ich mal schauen was wollen wir fahren also ich hätte gern ich hätte gern eigentlich mein lieblingspanzer der t34 ja den mal gucken wann er kommt es ist immer das problem wenn er gerade fährt also so ein kampf kann drei bis vier minuten dauern das ist dann das problem ich warte jetzt sag mal im video maximal 30 sekunden dann würde ich selbst irgendwas starten oder einen anderen fragen der mitfahren möchte aber die zeit wird es schon ich würde sie auch nutzen mal einfach mal kann ich nicht kann ich nicht meine k vorstellen nein das kann ich jetzt nicht okay das kann ich jetzt nicht das ist doof auf jeden fall wir sind richtig 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 top leute die gut sind gut sind leute die wissen was sie tun und leute die wissen was sie tun die haben erfahrung und um das geht's ja es geht darum dass man sich austauschen was video man ich nehme auf so kommt er jetzt oder kommt er nicht er kommt nicht wer hat er eigentlich gefragt attacke dann lade ich ihn ein attacke attacke black 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 mein freund von ihm habe ich dieses boom beach gelernt er ist zu selten und er ist auch glaube ich nicht körperlich so gut drauf wo ist attacke hallo attacke da dann komm wir fahren mal sehen entweder pfugt oder attack los korn bursche t23 er ist damage ohne ende oben von vorn wenn er hinterm hügel steht richtig 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 stark das geht nur ding ding also da kommt nichts durch aller ist die die gegner erwischen dich von hinten oder von der seite dann hast du natürlich die ja da war es das hier kommt keiner das ist doof von euch leute agi willst du mitfahren video video und fragezeichen und ein smiley nein nicht diesen sondern diesen wer stehe ich für agi agi ist ein er kennt sich aus also wenn man ihn was fragt er weiß immer eine antwort auf das was man fragt wobei ich in meinem alter jede antwort wieder hinterfrage das bringt halt das leben mit sich und kommt ja mit ihm schon zusammen also er kann es gut mit mir will keiner fahren das ist doch jetzt wirklich der hammer hier jetzt lade ich einfach alle ein pz mit einladen riko riko bin ich schon gefahren frank komm und step los was was geht hier ab keiner will mit mir fahren also ich werde jetzt genau noch schaue ich auf die uhr die habe ich weg gelegt ich zähle jetzt noch 1 2 3 5 5 6 7 bis 10 und dann starte ich selber was eigenes weil keiner mit mir fahren möchte im video ok wir fahren los achte 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 raus und die können wir behalten das ist ok die base mag ich nicht mit dem panzer weil ich habe nicht so viel hügel ja wo ich meine turmpanzerung gut ausspielen kann da bleibt mir einfach mal hinter dem das schutz bietet da ist einer schön da kommt gleich wieder raus Moment warte fucke fucke mein blöder daumen ok ein zweites mal und also ich hatte jetzt gerade einen fehler gemacht bin einfach auf den zuprüften schussknopf gekommen und deswegen hat er jetzt fahren sie weiter jetzt fahren sie weiter ich fahre weiter der Dracula ist gefährlich der ist so schnell und wenn der Sp... warte mal bitte hier ich gehe hier rein und der Spieler ja genau das meine ich dass der Dracula so fahren kann ach hat er das gesehen den kriegst du nicht das ist gefährlich also wenn der richtig 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 guter Dragula Spieler ist dann hast du ein Problem schau mal oh guck mal da kriegst du unten auf der Leiste das war jetzt gut lade 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 das sollten wir easy gewinnen ja schade für euch nicht dass ihr nicht mitgefahren seid weil das ist ein easy aber sowas von aber sowas von aber sowas von ich krieg ja nicht mehr mehr ich kann nichts mehr landen ne nö 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 ok aber ich hab ein sieg den grad brauche ich nicht diesen schrott 37 ja die kann man mitnehmen das war ok und unter effizienz zwei volltreffer zwei volltreffer das ist naja gut ja es war so es war so attacke will fahren ok attacke hier müssen wir noch ankündigen ok geht los smiley vergessen ding ding t34 habe ich jetzt gerade gehabt ich weiß nicht was er fahren möchte wir nehmen jetzt ach wir bleiben t34 das ist ok Geez n n n n n Das war's für heute. Also, Attacke. Attack. Fährt. Da ist er. Da ist er. Er fährt auch T-34. Er geht links mit. Nein, er geht nicht links. Er kommt zu mir. Was ist das für ein T-34? Was ist das für ein T-34? Was ist das für ein T-34? Okay, kämpfen wir. Was ist das für ein T-34? Wenn das, was ich mache, kämpfe... ...kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Was ist das für ein T-34? Boah, ich verliebt denn. Ich hab's auch gemacht. Was ist das für ein T-34? Ja... Also, ich glaube, hier haben wir einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich hab gedacht, dass hinter mir... ...freigehalten wird, wenn ich da die Bahn hab. Aber es war nicht so. Okay. Okay. Es war nicht so. Schauen wir mal rein. Ich glaube, wir haben hier schlechte. Ja. Ja. Sieht nicht so gut aus. Nicht so gut aus. Und ich geh raus. Ich mag das Licht weiter anschauen. Geh mal raus. Und... Na ja. Das war nix. Das war nichts. Warum bin ich... Ah, naja, gut. Hinten hab ich keine Augen. Also, ich... Ich bin Mobile-Spieler mit dem Handy. Und... Ich kann die Karte so nicht beobachten, dass da hinten einer kommt an mich. Ja, ich hab einen bekommen. Und dann... Noch einen. Und noch einen. Und dann war ich aus. Na gut. Ui. Last Force. Dann nehmen wir alle raus. Auf geht's. Ich hab noch keinen Plan. Ich hab noch keinen Plan. Ich hab noch keinen Plan. Ich hab da... Ich hab noch keinen Plan. Vielleicht... Da was erwischt. Ich weiß es noch nicht. Nein. Wir sollten uns in Geduld üben. Üben wir. Hat er? Das ist so auch gemacht, aber warum die einfach da mal warten? Mit einem Busch. Der jetzt gerade rauskommt. Das sag ich doch. Geht doch. Geh zurück, zurück, mein guter. Wenn ich mit vollkommen bin. Da haben wir noch keiner. Treibt sie mal. Treibt sie. Dann kommen sie da oben raus. Mach mal. Junge, 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 los. Schiebt die vor. Sind quasi jetzt weh. Warte mal. Da kommt ein Arschloch. Uiuiuiuiui, der ist schnell. Der ist schon schnell. Wir brennen. Versucht es zu löschen. Das scaredfinds wir. Das war Disappe. Raus, raus. Aber der hätte mich oben auf den Berg erwischt, genau so wie ich rausgefahren bin. Also was soll ich gegen so einen schnellen Panzer machen? Mit so einer Schlagkraft. Keine Chance. Ich glaube das Video wird jetzt heute kein schönes Video, aber ich werde es trotzdem hochladen. Es gibt schönere Zeiten. Ich hoffe wir können es irgendwann mal besser machen. Wir können es irgendwann mal besser machen. Du bekommst natürlich einen Effektiv von mir. Ja du auch. So und damit gehe ich jetzt mal raus aus dem Video, weil ich glaube es bringt jetzt so nichts mehr. Bis dahin. Ciao.